Hi! Na? Ich lebe noch, ja? Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. So viel zu, es dauert nur zwei bis drei Tage, bis die erste Folge von Blood and White erscheint. Na, am Ende von Hearts of Stone hab ich das gesagt. Tja, sag sowas nie, wenn du dir nicht sicher bist, dass die Monster sich auch so ist. Ähm, ja, ich will es gar nicht groß erklären, warum es so viele Ausfälle gab. Also, beziehungsweise, warum es so lang einen Ausfall gab. Es gab ja wirklich ein, zwei Monate nichts auf meinem Kanal, seit dem Ende von Out of Worlds eigentlich nicht mehr. Ich hatte erst keine Zeit, dann keine Motivation. Und wenn man keine Motivation hat, dann sollte man nicht aufnehmen, weil das hat sonst keinen Zweck. Und dann habe ich es irgendwie verpendelt, um ganz ehrlich zu sein. Ja, es war irgendwie... Ich hatte irgendwie auch teilweise keine Lust auf Witcher 3. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt setze dich endlich mal hin. Die Leute warten vielleicht sogar noch drauf. Es kann ja sogar sein, dass es noch welche unter euch gibt, die die Hoffnung nicht komplett aufgegeben haben. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auf YouTube gar nichts geguckt. Also, ich war auf YouTube null unterwegs den letzten Monat. Ähm, also zumindest nicht als Creator, sondern eher als Zuschauer. Also, ich habe null Kommentare gelesen, gar nichts. Das kann dann sein, dass auf meinem Kanal haufenweise Kommentare gibt. Wann kommt denn endlich Witcher 3? Oder lebst du noch? Hat Corona dich getötet? Nee, ich lebe noch. Und mir geht's gut. Also, wieso vielleicht nicht? Ja. Ich rede hier schon zu lang. Ich glaube, wir starten einfach mal. Triff dich in Hohlweg mit dem Rittern aus Toussaint. Wir haben nämlich einen Zettel aufgehoben irgendwann mal. Ähm, den habe ich jetzt nicht mehr im Inventar, ne? Das Geleitbrief. Nee, das wäre ja nicht. Das wäre irgendwo... Den habe ich jetzt leider... Nee, des örtlichen Magiers. Befehle. Wir haben den irgendwann mal im Hauptspiel aufgehoben. Aufruf an Dritter. Gerald von Riva. Ach ja, doch, doch. Gerald von Riva. Im Namen unseres gnädigen Souveräns, ihrer allgnädigsten Herren Anna Henrietta. Jetzt hat sich der Windows-Nachtmodus eingeschaltet. Guck mal, einen Eindruck. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Mein Gott, hier geht alles runter und drüber. Kein Scheiß. Ich habe zehn Versuche gebraucht, bis ich die Begrüßung hinbekommen habe. Und bin immer noch nicht zufrieden damit. Einfach, weil ich so lange nicht aufgenommen habe, dass ich komplett raus bin. Bescheuert. So, Aufruf an Ritter Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen. Ach ja, weil er die Brücke da verteidigt hat. Gerald von Riva. Im Namen unserer gnädigsten Souveräns, ihrer allgnädigsten Herren Anna Henrietta, reisten wir in die nördlichen Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogstum zu Sorkheim. Eine Beste, die sich hervscheunlichster Verbrechen den Untertanen der Herren schuldig gemacht hat. Nur der größte aller Hexer ist in der Lage, dieser Bestie die Stirn zu bieten. Daher möchten wir dich bitten, dich in dem Dörfchen Hohlweg einzufinden, wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du unser Flehen hörst und unsere Heimat aus den Fangen der Furcht befreist. Deine bescheidenen Diener, Palmarine de L'Enfant und Milton de Perrec Perrin. Oder so ähnlich. Na gut. Wie es der Zufall so will, sind wir auch vor dem Hohlenweg, Hohlweg, äh, dem Dörfchen Hohlweg. Ganz zufällig. Ja, ich hab mein Inventar so ein bisschen geordnet. Ich bin schon mal ausgerückt. Ich hab Angst. Wir brauchen keine Hilfe. Ihr habt genug des Blütenlands, Herr Hohlweg. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Regel. Milton, ciao! Gerold. In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Ich hab eure Mitteilung im Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weisgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen. Dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac Peyron und Palmerin de L'Enfort. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Aber die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Ja, ich habe was vergessen. Das habe ich am Ende von Hearts of Stone gesagt. Ich wollte Plattenwein eigentlich auf Englisch spielen. Denn man hat es jetzt schon gehört, Geralt hat eine hallende Stimme in der deutschen Fassung. Niemand weiß, woran es liegt. Ich glaube, das Tonstudio hat einfach nicht aufgepasst. Es gibt eigentlich nicht in Plattenwein im Englischen. Ich wollte gerade sagen Original, aber es war nicht so Original. Im Englischen, also in der englischen Fassung, wahrscheinlich auch in der polnischen, gibt es einen Filter. In Anführungszeichen. Bei NPCs, wenn sie einen Helm tragen oder nicht. Beziehungsweise, also eigentlich ist es so, glaube ich es tatsächlich. Also eigentlich, glaube ich. Dass das so ist in den Spiele-Teilen. Jetzt wird es technisch. Aber ihr liebt mich dafür. Gibt es zwei Audiospuren. Und je nachdem, ob ein Charakter einen Helm trägt oder nicht, wird entweder eine hallende Audiospur abgespielt. Oder eine nicht hallende, denke ich zumindest. Geralt kann in Plattenwein einen Helm tragen. Deswegen gibt es eine hallende Audiospur von ihm. In der deutschen Fassung kam es versaut. In der deutschen Fassung heilt er immer. Aber wohl nicht immer in 90% der Fälle. Es hört sich so an, als ob der Sprecher... Bei allen Respekt. Das Ding, wer eine Autofahrt aufgenommen hätte. Ich habe jetzt aber komplett vergessen, das auf Englisch zu stellen. Vielleicht mache ich das noch. Wenn es mir tatsächlich zu sehr auf den Sack geht. Was es jetzt schon geht. Ich bin bei sowas sehr pingelig. So, sie wollen Banditen töten. Das halte ich für eine... Eigentlich sehr gute Idee. Aber wir wissen alle, wie es enden wird. Wenn sie sich einmischen, dann kommen die Banditen halt immer wieder. Es hat keinen Sinn, die Banditen zu beseitigen. Wenn ihr sie tötet, kommen die Nächsten und die sind vielleicht noch schlimmer. Dem Bösen begegnen und wegsehen. Wie ehrlos. Ihr könnt nicht immer hier sein und die Leute vor allen Gefahren beschützen. Ich habe gehört, wie sie euch gebeten haben, euch nicht einzumischen. Dafür dürften sie gute Gründe haben. Du meinst, wenn wir helfen, dann sind wir für ihr Schicksal verantwortlich? Meiner treu, diese Bürde ist zu schwer. Geralt spricht weise. Wir kennen weder das Land, noch die Leute, noch ihre Bräuche. Und unser Auftrag ist ein ganz anderer. Ach, wie ich Toussaint vermisse. Dort ist alles so einfach. Bald, mein Freund, bald. Lass uns Geralt jetzt das Ersuchen unterbreiten. Wie die Tradition es verlangt. Nur Mut, Palmerin. Ich denke da immer ein paar Frauen. Die Bauern kommen zu Recht, Palmerin. Sie müssen seit Menschengedenken mit Banditen fertig werden. Das ändert nichts an der Betrübnis meines Gewissens. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition... Ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Weisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zur Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Ein paar mehr Details wären schön. Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicheres Höflichste. Und jetzt, da der Form genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Geist hören. Falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? Zwei. Als die Herzogin vom Zweiten herfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Aha. Wie Turnier? Dieses Turnier, das du erwähnst. Warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen. Darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. Ja, das ist wie bei uns, wenn man Nachrichten sieht und es gibt irgendwo einen Flugzeugabsturz oder irgendwelche Totenfälle im Ausland. Und das heißt immer, unter den Opfern waren auch so und so viele Deutsche. Das ist dann immer besonders schlimm, wenn... Oder je nachdem, weil es durch ein Land ihr halt... Seid ne, aber wenn es... Jetzt Leute sind im Ausland, das ist alles nicht so schlimm. Sonst würde man ja nicht erwähnen. Unter den Opfern waren auch Deutsche oder Österreicher oder Schweizer, je nachdem. Hat schon jemand versucht, das Monster zu fangen? Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele. Aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug, es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Pferdenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Das Biest bedient sich schwarzer Magie? Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Ah, ja. Gut, ich muss darüber nachdenken. Würde ich jetzt sagen, wenn ich noch irgendwas anderes zu tun hätte, was ich nicht habe. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Ach, nein. War nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also. Vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha, als dann. Auf nach Toussaint. Nach Toussaint. Nach Russland. Nach Russland. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du wirst es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Raya. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was ist dat denn für einer? Ah, ich hab das Problem. Für meine Herren! Ich schmur, ein Monster zu töten. Goliath! Einer für alle! So einen hätte ich auch, ja. Ich hab die Einschränkungen zurückgesetzt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Äh, Spiel. Ja, Todeswash. Von Feindskalierung muss ich sagen. Du triffst dich ja gar nicht. Ich hab den irgendwie schwer in Erinnerung. Wo? Ja. Achtung! Komm, wer flügt dir nicht, komm. Oh, schade. Schade. Deine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe, fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welcher Holdemeid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die Schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr, und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. So viel Ehre. Für die, die gerade verwirrt waren im Kampf. Ich habe versucht, ihn mit der Armbrust zu töten. Es gibt nämlich einen Erfolg dafür, dass man ihn mit einem Kopfschuss töten. Glaube ich. Und am Anfang ist Gera halt in eine andere Richtung gelaufen, als ich wollte. Also als ich gedrückt habe. Und das Problem hatte ich vorhin auch bei der Testaufnahme. Beziehungsweise beim Testen. Ich habe nämlich Witcher 3 komplett neu installiert vorm Let's Play. Und seitdem ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Naja. Wie ist denn der Riese hierher gekommen? Ich dachte, die wären ausgestorben. Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Aha. Na gut. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herr in meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss beim Basilisk. Damien Delatours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohl an denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Will er jetzt den Kopf um... Naja, okay, für den kleinen Messerchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr schwer für mich, die Stimme von Geralt zu ertragen. Sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist das auch nur, weil ich Kopfhörer trage. Ich bin Stufe 50 und kriege eine Stufe 38 Schwert. Okay. Ich glaube, das war nicht das Biest von Toussaint. Ach ja, die Schweine Trophäe, warte mal. Da ist sie ja. Die Trophäe von Goliath. Plus 5% Monster-Erfahrung bei Monstern. Äh, Erfahrung bei Monstern. Oh, ist die schön. Den Faunfedern und allen. Aber... Ich brauche das Gold. Das erste Mal, als ich Plattenwein gestartet habe, hat es mir fast die Räti da verbrannt. Tapferer Junge, dieser Guillaume. Palmarin hat ihn aufgezogen. Guillaume und er sind verwandt. Juhu. Mutation und Großmeisterrück. Also, um das ganz schön zu erklären. Ich brauche das, glaube ich, nicht erklären. Oder man hat, glaube ich, den Kontrast perfekt gesehen am Ende, als wir in Velen fortgeritten sind. Sturm, Regen, alles braun, hässlich. Na, braun war es nicht. Grau, braun, realistisch. Und düster. Und Toussaint ist halt das krasse Gegenteil davon. Wir sind in der Märchenwelt angekommen. Mutation und Großmeisterhexerausrüstung. Im Plattenwein kann sich Geralt weiteren Hexermutationen unterziehen, um neue Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, oder Spoiler, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn und befasse dich mit der Geschichte von Professor Moreau. Um mehr von über diese Mutationen zu erfahren. Man erzählt sich, dass in Toussaint ein meisterlicher Handwerker lebt. Gezeichnet mit dem Symbol für jeden anderen Handwerker. Der Hexerausrüstung unerhöhter Qualität. Anfertigt unerhörter. Unerhört hier. Außerdem bekommst du Spezialwohnungen, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets austrägst. Dieser, ja, genau. Du wirst die Investitionen und diese neuen Möglichkeiten nicht bereuen. Dann schrieben sie wohlwissend, dass kein Spieler, der Plattenwein frisch anfängt, genug Geld dafür hat. Ich habe jetzt gedacht, er reagiert auf den Riesen. Aber nein. Schön. Gewöhnungsbedürftig. Die ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herren. Wenn wir in ihrem Namen hängen, bindet uns die Tradition. Aha. Soll heißen, es bilden sich linguistische Schwindungen in eurem Rachen. Er ist doch. Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Vielleicht haben sie was übersehen. Das wäre ja das erste Mal, dass sie sowas tun, ne? Aha, Fisch. Beschlagene Stiefel. Diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Tut doch nichts, als ob da irgendwie Spundung sind. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Meinst du, die Leiche, die angespült wurde, liegt am Ufer? Das wäre ja was Neues. Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angespült. Ja, der Gestank ist heftig. Wir haben besucht. Fuss. Du weißt! Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen raus, ne? So, der Nächste. Schade, ich muss das gar nicht geben, weil ich mitgegelt. Das ist auch. Wie hat der Blutgeruch, der glaubt? Suchen wir weiter. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Musik in Blindenwein super finde. so dann wollen wir doch mal gucken angespülter unrat wir müssen weiter suchen unrat müll trümmer und kreml es sind nur noch blutige fetzen von den kleidern des opfers übrig hochwertige kleidung das opfer war wohlhabend sieht so aus ich glaube ich muss die katzen rauszutragen die hat nämlich eine mütze kapuze dann fällt das nicht so auf dass sein helm sagen müsste wenn es macht die gedämpfte stimme ein bisschen mehr sind die wache hat die netze aus dem wasser gezogen und dann den verstümmelten leichnam freigeschnitten das problem dass ich ein ich spreche rein und sehe nach ob sie auch nichts übersehen haben das problem das es immer ein bisschen gibt als deutscher lesplayer ist wenn du ein spiel auf englisch spielst dann gibt es immer irgendjemanden der sich beschwert dass es keine deutsche übersetzung geben oder dass man sich auf deutsch spielt selbst wenn das spiel keine deutsche sprachausgabe hat gibt es immer irgendjemanden der sich beschwert nicht bei mir aber auf anderen channeln sehe ich das relativ oft witzigerweise und erfahrungsgemäß kann ich sagen spiel ohne deutsche sprachausgabe werden bei mini soft geguckt die wache ist vor kurzem mit einem boot von hier aufgebrochen vermutlich um die leiche irgendwo hinzubringen ich würde so gerne hier waren netze befestigt dann müssen wir mal wieder tauchen tauchen oh ratusson herzogswächterstiefel und vier floren dass die selbe währung haben wundert mich irgendwie holzlöpfel eigentlich ist doch tausson herzogtum von novigard also müsste eigentlich kronen benutzen und nicht floren taschentuchen mit dem monogramm dlc es muss einem adligen gehört haben wäre gut zu wissen wo sie die leiche hingebracht haben die lc ja muss nur reiche leute können sich dlc leisten und jetzt wir wissen dass dies nicht der schauplatz des mordes ist die leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem netz verfangen die wachen haben sie rausgezogen und mit dem boot weggebracht ich will sie mir ansehen bevor die verwesung einsetzt die taverne die inhaber müssten gesehen haben wo die wachen hingefahren sind fragen wir nach ich glaube wir haben publikum kein wunder die leute hier werden noch ihren enkeln davon erzählen die einst einige vierteilte leiche aus dem fluss gezogen wurde das habe ich eigentlich nicht gemeint da war eine frau die verdächtig aussah also ich nehme an das war eine frau noch eine sache ich habe ein taschentuch mit monogramm gefunden dlc sagt ihr das was der la croix kann nicht sein ihn hat das biest also gemeuchelt offenbar kanntest du ihn gut vor langer zeit waren wir enge freunde doch unsere wege trennten sich er war ein mann der extreme der seinen gefährten beistand und die feinde bis zum letzten bekämpfte hatte er denn viele feinde aber ja doch was hat das mit dem bies zu tun ach gerald es ist zu schmerzlich an diese alten zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken verstehe wir reden später gehen wir in die tabern ich muss dich bald verlassen und zum hof zurückkehren du bist doch gerade erst in toussaint eingetroffen ein ritter in den diensten der aller gnädigsten herren kennt keine rat tatsächlich befürchtete ich schon zu spät zu kommen um meine pflicht zu tun doch es zeigt sich dass ich gerade recht eintreffe ja so ein glück gerade rechtzeitig um eine vielgeteilte leiche zu finden warum darf ich hier nicht rein ist das nicht ein schauplatz soll verbrechen warum darf ich nicht das ausuntersuchen am schauplatz ist verbrechen wenn du die leiche untersucht hast musst du anna rietta bericht erstatten anna rietta der aller gnädigsten herzogin ich vergesse mich bisweilen wir nennen einander beim vornamen wenn wir unter uns sind in palmerins anwesenheit jedoch nicht in dem anstoß an solchen vertraulichkeiten ein treffort für händler schmuggler und seeleute und es gibt hier die beste langustensuppe in ganz toussaint die gnädige herren soll einen mörder aus dem norden schon beheuert haben der sich um das bies klettert sind unsere männer denn ich tappbar genug leid natürlich sind sie aber macht man eine laute und freundlich das bies verfügt über dunklen schnacken da macht man einen hexen oder magier das sind alles aufgeblasene ja